Wir sind die Firma Zeman Bauelemente mit Sitz in Scheifling. Eingegliedert in die Lincoln Electric Group, einem internationalen Konzern, beschäftigen wir rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser innovativer Betrieb legt großen Wert auf die Produktentwicklung, das macht uns zu einem stetig wachsenden Unternehmen. 100% unserer Maschinen werden exportiert und das in die ganze Welt. Wir bieten interessante Entwicklungsmöglichkeiten und setzen so auf den Aufbau von motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Teil unseres jungen, dynamischen Teams findet jeder von Beginn an ansprechende, verantwortungsvolle Tätigkeiten. Wir bieten langjährige Perspektiven. Wir sind Zeman Bauelemente. Aufbau von Wann Bauelemente. Musik 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 bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020